Die internationale oberösterreichische Paracycling-Tour vom 10. bis 12. Mai ist die größte Radsportveranstaltung Österreichs für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung. Circa 100 Sportler kämpfen auf vier Etappen um den Gesamtsieg. Im Rahmen der Paracycling-Tour werden auch zwei rennende Bike for Fun-Trophy durchgeführt. Am 10. Mai ein 3-Stunden-Marathon und am 12. Mai ein Einzelzeitfahren. Informationen und Anmeldungen unter www.paracycling.at und www.bikeforfun.me